Greetings from Mallorca. Grüß aus Mallorca. Heute möchte ich gerne Toffin Mousse machen. Today I want to make Toffin Mousse. I don't know exactly in English words. Toffin Mousse besteht aus Quark, Sahne, Eiweiß, Citorno-Aranze, Zalatina, Eiweiß, Egg White, das ist Cream, das ist die Toffin selber. Was drin ist, die Zutaten, ist Orangensaft, Zitronensaft, Orangensaft, Zitronensaft, ausgeprästet und Balema-Sorte. Zusammen mit den Krimbeissen-Smells in Kamm. So that is easy also to melt it. Because the way to make the Zalatina is that you have to put it in cold water almost for 7 minutes. And this 7 minutes then start to be, how to call it, to be soft. So after, when this one warm is, when the size is, on the Zalatina-Francis-Smells. This is, in fact, Sahneinkan, Honestress. A different type of method, but this is my method. So, the next step what you will do is, Creme, without Eiweiß. You can see it. You can see it. You can see it. You can see it. It's in. Okay. It's not a problem. Because tins, almost one hour I make it, this one, and I put it in the Koolstrap, so I understand that it has come out. And this can be in Koolstrap, instead I should apply it in my mouth first. You can see it. See it? Okay. It's not mixed. That heißt, stop consistency. You might have a bit. The other keep me a lock around. This I will give more volume. Look at it. How the volume looks like. I'll test it again. Look. It's a crocassumab. Put the cream. Highlight. Best. So. Maka-satotsin. was macht wenn du Folies hättest du anzufangen, das ist nacht, aber nicht ganz weniger nacht, sondern rissig nacht. Ich esse das. Man kriegt fast alles frisst und dann wird gepillt. Zählen, Ruck abschneiden und mit Lotte-Sugar, wie das Lotte-Sugar bedeutet, ein 1-1 Wasser und Zucker. Das wird mit Zimtstange und Berliner Marken. Schauen wir mal, wenn man es so gut macht, das Verteil ist besser. Haben Sie das gesehen? Schauen wir mal, wenn man es so gut macht, das ist besser. Schauen wir mal, wenn man es so gut macht.